Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge einem neuen Let's Play Civilization 6 mit dem Polnischen Reich. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind immer noch im Krieg, Frankfurt ist immer noch belagert, ich würde mal sagen erfolgreich belagert. Die Schlinge um den Deutschen zieht sich immer weiter zu, das heißt außenpolitisch, kriegstechnisch sieht es für uns nicht schlecht aus. Ich würde sogar sagen ganz gut, wo wir aber definitiv dran arbeiten müssen, ist unsere Innenpolitik im Hinblick auf Unannehmlichkeit. Also in meinen, ich habe in allen meinen Städten die Unannehmlichkeit erfolgreich bekämpfen können, wie man hier erkennt, das habt ihr im letzten Let's Play schon gesehen. Nur in Krakau, meine Hauptstadt, habe ich minus 7 und ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, wenn du mehrere Runden lang minus 3 oder minus 5 hast. Ich bin mir nicht sicher, dann tauchen auf einmal nicht Barbaren auf, sondern ja Aufständische, also sind dann halt Barbaren. Das wäre natürlich keck, also die Stadt ist zwar wehrhaft, ja, aber ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen. Darum baue ich hier schon mal in weiser Voraussicht ein Unterhaltungskomplex. Gut, machen wir mal eine Runde weiter und schauen, was da so passiert, vor allem was der Deutsche macht. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass der Deutsche nach wie vor technologisch vor mir ist. Moment, was sehen meine Augen da gerade? Cavallery. Ah, okay. Oh, scheiße, da oben auch. Ei, 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 ei. Das ist schlecht. Wobei, ich weiß noch nicht, ob das unbedingt schlecht ist. Das kommt halt nur zu einem ziemlich beschissenen Zeitpunkt. Okay, Mohenjo Daro hat Hedwig den Krieg erklärt. Das sind wir. Okay, die sind zu weit weg. Das interessiert mich noch nicht. Aber ganz kurz, Leute, was ist jetzt hier passiert? Okay, klicke ich mal kurz weg. Also, ihr habt ja hier oben gesehen. Gut, einer ist jetzt weg. Da sind jetzt auf einmal hier Krieger vom Barbarenland erschienen. Also ich vermute, dem Deutschen ist jetzt genau das passiert, was ich eben bei mir prophezeit habe, beziehungsweise passieren könnte, der hat so viel Unannehmlichkeit, dass hier Aufstände mittlerweile toben. Also neben dem Krieg, den er eh schon im Hause hat, oder den Truppen, die mitten in seinem Land stehen und vor seiner größten Stadt, hat er jetzt auch noch Barbaren. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Das wäre echt scheiße, weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Im Moment sieht das für uns hier nicht schlecht aus. Aber wir wollen nicht den Teufel an der Wand malen. Wir warten jetzt erst mal ab und arbeiten die Meldungen ab. So. Ja, da gehen wir hin. So. Hier oben wird der Markt gebaut. Ich brauche nämlich Gold auf jeden Fall. So. Du. Also ich lasse den mal in Ruhe. In der Hoffnung, dass der eher den Deutschen ärgert und nicht mich. So. Genau. Du sackst den hier ein. Und bringst den hoffentlich trockenen und sicheren Fußes rüber nach Danzig. Springen wir die Runde. Dich. Belassen wir in Krakau. So. Jetzt haben wir schon elf Gold pro. Das ist ganz gut. So. Dich. Ich. Schicken wir mal hier hin. Und die Bombarde schicken wir hier über den Nordpass. Weil hier unten ist ja offensichtlich kein Platz mehr. Aber du kommst auch an die Front. Und du bist geheilt. Ja, gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Beziehungsweise sehen. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen plündern. Wir können auch so Küstenplünderungen machen. Oder Küstenraubzüge heißen die. Schauen wir mal gleich mal aus. So nach wie vor alles auf die Stadt drauf. Also wir müssen jetzt zusehen, so schnell wie möglich die runter zu ballern. Weil ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung. Das darf man nicht vergessen. Wir sind hier ganz eindeutig in der Überzahl. Sehr schön. Sie kann drauf schießen. Da war ich mir im letzten Let's Play nicht so sicher. Das ist schon mal ganz gut. Also ich habe jetzt drei, bald vier Fernkampfeinheiten, die ihm gut zusetzen. Dürfen nur keine verlieren. Also schon ein bisschen aufpassen. Wo wir ein bisschen gucken müssen natürlich. Der ist technologisch im Vorsprung. Also das darf man jetzt nicht vergessen. Also jetzt nicht, dass er auf einmal irgendwie mit modernisierten Infanterieeinheiten aus der Zukunft hier kommt. Das wäre echt scheiße. Ich glaube es zwar nicht. Weil mit der Rückständigkeit seines Militärs, was die Quantität angeht, würde ich auch mal vermuten, er hat nicht viel in die Qualität investiert. Und wenn ich mal gucke, er hat ja auch nicht so viele Städte, die jetzt noch großartig tätig werden können. Gut, und sowas ist hier natürlich einfach nur blöde, einen Siedler hier direkt bei den Militäreinheiten des Amerikaners zu belassen, mit dem er eh schon im Kriege ist. Das ist echt nicht sehr helle. Ich muss auch sagen, der Ami hat sich auch gut weit gebracht hier auf dem anderen Kontinent. Hm, Athen, 18 Einwohner. Alter Schwede, ey. Washington, 18 Einwohner. Kakao, 13. Mhm. Runde weiter. So, komm, du ärgerst den Deutschen. Lass mal mich ruhig in Ruhe. So, okay. Das war klar. Er schießt natürlich jetzt auf meine Fernkampfeinheiten. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Die müssen am Leben bleiben. Entweder durch Heilung, taktischen Rückzug oder Plünderung. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich will hier definitiv nichts verlieren. Also das wäre nämlich sehr ärgerlich. Ja, ist der blöd, der Amerikaner. Jetzt ist er mit dem Ritter hier gegen die Kavallerie angerannt. Und ist angerannt, ist doch klar, dass sie platt gemacht wird. Echt doof, ne? Voll Horst. So. So, Einheit kann befördert werden. Das nehmen wir erstmal mit. Man sollte immer so schnell wie möglich unten hin. Dann gehe ich mal da lang. So. Du ziehst mal langsam vor. Ah, okay. Du kannst jetzt eh nicht weiter. Eine Runde weiter. So. Also. Wir ballern nach wie vor froh und munter auf die Stadt. Ich bin sogar überlegen, wann jetzt schon die Nahkampfeinheiten mit einbindet. Und schon mal ein bisschen Terror hier macht. So. Dich, Kollegen hier. Ach, die können wir befördern. Ja, dann komm. Warum will ich nicht extra zurückziehen? Also ich könnte echt schon hier überlegen, hier anzugreifen. Also es wird den Krieg auf jeden Fall verkürzen. Und ich schicke mir mal hier hin. Du heilst. Ich glaube, ich mache das sogar. Ich will eine Entscheidung. Und zwar schnell. Komm, du greifst an. Und du greifst an. Vielleicht ergeben die ja sogar lohnende Ziele für seine Fernkampfeinheiten. Also, dass er nicht unbedingt auf meine Bombarde schießt, sondern... Oh, das war aber mit dem Dingens. Oh, der hat ja aber ganz schön Federn gelassen. Dann hätte ich nicht genauer gucken sollen. Das war jetzt nicht so geil. So. Mal gucken. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was plündern können. Oh, guck mal, da ist ein Händler. Ne, ist kein Händler. Ist ein General. Entschuldigung. Den würde ich natürlich gerne einsacken. Wir gehen mal hier außen rum. Okay, also da muss ich jetzt sagen, also da habe ich echt einen blöden Fehler gemacht. Also, der wird hier definitiv drauf ballern. Dann ist der weg. Das war dumm. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Das war richtig dumm. Weil das... Ach, doch nicht. Okay. Ach, guck mal, da. Oh, oh, oh. Der hat das Lager repariert. Okay, jetzt müssen wir umso mehr Gas geben. Ich habe mich schon eben gewundert, warum hier so ein Blitz erschienen ist. Der hat das fucking Lager repariert. Okay, ja, dann müssen wir jetzt echt Gas geben. Das verstehe ich aber nicht. Da ist doch eine Einheit von mir drin. Ich dachte, das heißt, da ist jetzt Ruhe. Komm, die schicken wir mal so schnell wie möglich hier hin. So. Und was ich auch am überlegen bin, ob man nicht sogar ihn hier in die Stadt hier schickt. Weil hier ist ja gar nichts, ne? Ich glaube, das mache ich sogar. Oh, oh, oh. Vor allem jetzt hat er hier noch Cavalry-Einheiten. Also er, also der, der, der böse Barbar. So, dich kann ich jetzt... Ja, dich muss ich zurückziehen. Was Schöne ist, ich kann dich wirklich bis... Ah, aber da ist er ja in Reichweite. Müssen wir jetzt aufpassen. Der ist ja hier in Reichweite wieder des neu auferstandenen Lagers. So eine Kacke hier, ne? Komm, dann ziehen wir dich mal hier hin. So. Mal hier dann hin. So, wir machen hier aber den Sack zu. Das muss bleiben. So. Ihr ballert nach wie vor hier drauf, was das Zeug hält. Frankfurt muss weg. So. So, jetzt haben wir hier schon wieder Unannehmlichkeit, weil die Stadt gewachsen ist. So. Okay, das Gute ist, seine Verteidigung ist gleich auf Null. Oh, ja. Oh, ich kann dich vielleicht sogar schon einnehmen. Mal ein bisschen gucken hier. Ich will keine Einheit verlieren bei der Einnahme. So, wenn du hier angreifst. Nee. Nee, das wird noch nicht reichen. Nee, komm. Play safe. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Wir warten. So. Du erkundest hier ruhig nochmal ein bisschen. Vielleicht finden wir hier ein lohnendes Ziel. Oh, ey. Der hat aber richtig Probleme hier. Ach, guck mal jetzt. Ah, verstanden. Also, hier sind eben Aufständische erschienen. Und jetzt sind um Aachen auch nochmal Aufständische erschienen. Eieieiei. Ey, der hat die Kacke richtig am Dampfen. Alter Schwede. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, hier kann ich nicht hin. Da schießt Ulm auf mich. Hier kann ich nicht hin. Da schießt das Lager auf mich. Hier könnte ich hin. Aber das ist ja ein Rückschritt. Dann warten wir einfach mal eine Runde. Okay. Verstanden. Verstanden. Okay. Gut. Gut. Ich muss sagen, ich glaube, je mehr ich jetzt diesen Verlauf des Krieges beobachte, umso eher, muss ich sagen, es war schon die richtige Entscheidung, jetzt frühzeitig in den Krieg einzusteigen. Weil er ist ja wirklich gebeutelt von Problemen und hat sich hier oben bei dem Ami total verrannt. Und gut, das habe ich jetzt schamlos ausgenutzt. Aber gut, dem ist halt so. So, die schicken wir jetzt mal hier hin. Hat diese Sch... Oh, warte. Das ist ein bisschen zu schnell. Ah, shit, ey. Ich wollte gerade gucken, ob die Stadt hier Stadtmorden hat. Jetzt sehe ich hier, jetzt habe ich auch Aufständische. So, jetzt ist natürlich das passiert, was ich eben vermutet habe. Jetzt sind die auch Aufständische. Die muss ich so schnell wie möglich wegholzen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, du wartest hier erst mal eine Runde. Ja, ich habe es gewusst. Ich habe es ja kommen sehen. Das ist schlecht, weil der plündert jetzt hier alles. Oder die plündern jetzt hier alles. Och, Mann. Egal. Frankfurt holen wir uns aber. Was mich auch wundert, dass mir der Deutsche noch keinen Frieden angeboten hat. Also, in der Regel ist es ja so, wenn die merken, dass sie einen Arsch voll kriegen, dass sie irgendwann angekrochen kommen und sagen, hey, wie schaut es aus? Ich gebe dir eine Stadt und du lässt mich in Ruhe. Hat er jetzt immer noch nicht gemacht. So, wir nehmen jetzt die angeschlagene Einheit. Die kann sich darin dann schön heilen. Damit müsste Frankfurt uns gehören. Ja, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die größte Stadt des Deutschen Reiches erfolgreich belagert und eingenommen. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also, was gut ist, wir haben eine Luxus-Ressource dazu bekommen. Pelze, die ich vorher nicht hatte. Das ist ganz gut. Allerdings habe ich auch zwölf Einwohner. Ah, okay. Dazu bekommen. Ebenwand 17. Äh, die natürlich auch die Annehmlichkeit wieder nach oben bringt. Äh, Unannehmlichkeit nach oben treibt. So, das auch neu mit dem Sommer-Patch. Er fragt mich jetzt wirklich, ähm, will ich die Stadt behalten oder vernichten? Ich glaube, die Antwort ist klar. Früher konnte man ja noch auswählen, ob es eine Marionette ist. Aber ich behalte diese Stadt. So, die ist jetzt erstmal besetzt. Das heißt, die wächst nicht. Das ist auch soweit okay. Ähm, wir müssen jetzt nur so ein bisschen unsere Optionen abwägen. Also, ich kann jetzt natürlich den Krieg weiter fortführen. Ähm, den ich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auch weiterhin erfolgreich gestalten könnte. Das Problem ist, ich habe brutal viel und zu viel unzufriedene Bürger. Gutes Deutsch. Sehr, sehr viel Unannehmlichkeit in meinem Reich. So, und da muss ich definitiv was gegen machen. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, es wäre verschenkt, wenn ich jetzt sage, oh, ich höre jetzt einfach auf. Also, das, ähm, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Darum, ähm, arbeiten wir erstmal die Meldungen ab. So, also hier hatten wir ein Produktionsproblem. Dann kann ich eine Werkstatt bauen. Sollten wir auch tun. So, hier sollten wir erstmal reparieren. So, auf jeden Fall Kornspeicher, weil, äh, ach, alles geht ja schnell. Kornspeicher erstmal. So, du rückst vor. Das Einzige, was jetzt meiner Meinung nach Sinn machen würde, äh, wäre natürlich jetzt auf die Hauptstadt zu ziehen, ne. Also, ähm, bringt meiner Meinung nach jetzt nichts, irgendwie jetzt noch eine andere Stadt einzunehmen. Äh, ich glaube nur hier bin ich sicher. Ah, der hätte ja auch Gips. Irgendwie eine andere Stadt einzunehmen, also Berlin oder Trier. Also, wenn, dann direkt drauf. Ähm, ich hoffe, hier sind auch viele Ebenen und nicht so viele Hügel, dass ich direkt draufholzen kann. Wie schaut es denn hier aus? Na, wo ist denn der Tooltip? Na, ich will wissen, ist hier ein Hügel oder eine Ebene? Ah, zeigt er mir nicht an. Hm, dann nicht, Arschloch. Äh, 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 allerdings mit der Unheimlichkeit ist doof. Ein Problem davon, das sehen wir ja jetzt schon hier, ne. Na, machen wir mal eine Runde weiter. Ach, das war jetzt blöd. Warte mal, den zurück. Du kannst dich ja jetzt hier heilen. So, und jetzt eine Runde weiter. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. So. Nee. Wie wär's denn hiermit? Ich will, ich will eigentlich Geld, will ich von dir. Gar nix. Gar nix. Oh, dann leck mich. Also, weil nur große Reliquien tauschen, da habe ich gar keinen Bock dran, ehrlich gesagt. Na, was machen denn die scheiß Barbaren hier? Das Problem ist, ich habe hier auch keine militärischen Einheiten, die denen irgendwie Einhalt gebieten können, ne. Hm, 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 hm. Ich verstehe nicht, dass mir der Deutsche auch noch nicht den Frieden angeboten hat. Ja, na, ihr seht, die plündern jetzt hier rudelwild. So, jetzt haben wir meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Jetzt sind sie natürlich in die Reichweite aller meiner Befestigungsanlagen gegangen. So, versuchen wir jetzt hier wegzuholzen. Das tat dem schon mal ganz gut weh. So, ich bin ja mal Freund vom sicheren Kill. Also den hier weg. Ich hoffe, der ist jetzt auch weg. Das sieht doch gut aus. Okay, einer weniger. Ja, wir müssen uns hier beeilen. Also die müssen weg, bevor sie hier großartig anfangen können zu plündern, ne. So, und jetzt werden wir fleißig Einheiten aufpimpen. So, oh, das geil, kann nach Bewegung angreifen. In die Richtung gehen wir. So, Wassermühle. So, ja, also wir warten hier erstmal ab. Also der soll erstmal... Hm, 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 das ist gut. Also der soll erstmal hier seine eigenen Aufständischen wegholzen. Ähm, dann kann ich hier ran. Ach, der hat ja den Handelsweg geplündet. Nein, ach scheiße. Ich habe mich schon gefragt, wo das hier... Dieses Goldzeichen, was hier eben aufgestiegen ist, hergekommen ist. Äh, jetzt muss ich auch noch einen Händler bauen. Scheiße, Dreck. Alles Arschlöcher. Alles Arschlöcher. So, erstmal Wunden lecken. Ihr sollt euch alle heilen. So, nee, du kannst ruhig an die Front. Das ist das Schöne, ne. Der hat hier überall Straßen. Die können wir jetzt auch benutzen. Finde ich gut. So, alles an die Front. Müssen wir aufpassen, nicht zu weit. Warte, hier kann ich noch einen hinschicken. Wir werden gucken, dass sie außerhalb der Reichweite der Städte hier sind. So, du kommst auch an die Front gleich. Ja, ich will jetzt nicht sofort alle nach vorne schicken. Äh, kommst erstmal hier hin. Okay. Ja, du kommst jetzt natürlich auch an die Front. So ein bisschen gedauert. Aber du bist da. Finde ich gut. So, da wird es ja fast schon Sinn machen, den wieder zurück zu schicken. Ach, den hätte ich jetzt hier gerne geplündert. Der hat scheiße zu spät gesehen. Mh. Weil der kann jetzt natürlich hier von Wasser ein bisschen unterstützen. Okay. Schauen wir mal, wo wir sind. Also, wir haben Frankfurt eingenommen. Die größte Stadt des Deutschen Reiches. Ich will nicht sagen kampflos, aber naja, also starke Wert haben sie sich auf jeden Fall nicht. Ähm, wir haben nur eine Einheit verloren. Das ist ganz gut. Die anderen konnten ordentlich Erfahrungspunkte sammeln. Veteranen werden wir natürlich auch in diesem Let's Play brauchen. Ich werde als nächstes Aachen angehen. Also die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Ähm, ja, ich bin hart, krass, in, minus, was Unannehmlichkeit angeht. Aber was soll ich machen? Es wird ja schließlich nicht besser. Und bevor der sich jetzt hier nochmal aufbäumt und irgendwie stärker wird, muss ich seine größten Städte irgendwie einnehmen, einverleiben, damit ich da Ruhe habe. Den Vorteil, den muss ich jetzt einfach ausnutzen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ich hoffe auch, dass euch mein Let's Play Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Hinterlasst mir auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und eure konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer neuen Runde Civilization VI mit dem Polnischen Reich. Auf Wiederschauen.